In diesem Video geht es um den Begriff der Determinante. Um diesen Begriff einzuführen, gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Wir versuchen hier einen sehr anschaulichen, praktischen Weg, nämlich über die Determinante als Maß für die Veränderung, wie sich Volumen verändert durch lineare Abbildungen. Wichtig ist, dass wir für diesen Abschnitt nur quadratische Matrizen betrachten. Das heißt, nur Matrizen, die Abbildungen von einem Raum in den gleichen Raum definieren. Also zum Beispiel vom r² in den r² oder vom r³ in den r³ wiederum. Aber nicht in verschiedenen dimensionalen Räumen. Fangen wir direkt einmal mit einem Beispiel an. Angenommen, wir haben diese Matrix 2, 0, 0, 1. Diese Matrix definiert eine Abbildung, wie wir gesehen haben, eine lineare Abbildung. Diese lineare Abbildung bildet Vektoren aus dem r² auf andere Vektoren im r² ab. Und sie ist dadurch definiert, dass die entsprechenden Spalten, das waren die Bilder der Einheitsvektoren unter dieser Abbildung. Also die Spalte 2, 0 ist dieser Vektor hier. Das ist das Bild dieses Einheitsvektors, wie der abgebildet wird. Und entsprechend der Vektor 0, 1 ist das Bild dieses Einheitsvektors, E2, wie der abgebildet ist unter der Abbildung. Man sieht hier, der zweite wird gar nicht verändert und der erste Einheitsvektor wird um Faktor 2 skaliert. Also das ist die lineare Abbildung. Diese lineare Abbildung tut aber auch etwas auf Volumen, beziehungsweise in dem Fall hier auf Flächen. Stellen wir uns vor, was passiert, wenn wir so ein Einheitsquadrat in diese Abbildung hineinstecken. Was passiert damit? Und diese Abbildung erzeugt dann aus diesem Einheitsquadrat hier ein Rechteck. Und dieses Rechteck ist, wie man sieht, um den Faktor 2 in x-Richtung gestreckt, also skaliert. Das heißt, dieser Flächeninhalt hier an der Stelle ist doppelt so groß wie der Flächeninhalt dort. Und genau dieser Faktor, um den sich die Fläche ändert, wenn man diese Abbildung hier auf die Fläche anwendet, wie sich diese Fläche ändert, wie die skaliert, das ergibt, das gibt die Determinante an, die Determinante der Abbildung, beziehungsweise der Matrix. Dabei gehen wir immer von diesem Einheitsquadrat hier aus. Das gilt natürlich, weil es eine lineare Abbildung ist. Jedes Quadrat, was in einer anderen Position liegen würde, würde entsprechend genauso skaliert. Wenn man entsprechend doppelt so große Quadrate reingebt, weil das ja entsprechende lineare Abbildungen sind, funktioniert die Skalierung natürlich ganz entsprechend, weil es eben eine lineare Abbildung ist. Gucken wir ein zweites Beispiel an. Angenommen, wir haben die Matrix 2, 0 und 1, 1, dann sehen die Bilder der Einheitsvektoren so aus. Also der erste Einheitsvektor wird entsprechend um Faktor 2 skaliert, verlängert. Und der erste Einheitsvektor, der ändert sich ja zu dem Vektor 1, 1. Und deshalb wird jetzt dieses Einheitsquadrat unter der Abbildung zu diesem Parallelogramm. Und dieses Parallelogramm, wenn Sie scharf hingucken, hat immer noch Flächeninhalt 2, weil das ist Grundseite mal Höhe für die Fläche und das ist deswegen Fläche 2. Und auch für diese Abbildung hier haben wir also Skalierungsfaktor 2. Die Determinante später dieser Matrix soll dann wieder 2 haben. Tatsächlich muss nicht jede Matrix die Fläche entsprechend skalieren. Es kann sich auch nichts ändern. Zum Beispiel bei der Spiegelung am Ursprung. Da ändert sich halt die Fläche selber nicht. Die Spiegelung am Ursprung wird durch die Matrix minus 1, 0 und 0, minus 1 erreicht. Das heißt, der entsprechend gespiegelte Einheitsvektor E1 ist dieser Vektor hier. Der entsprechend gespiegelte Einheitsvektor E2 ist dieser Vektor. Das heißt, dieses Einheitsquadrat wird auf dieses Einheitsquadrat abgebildet. Und dieses Einheitsquadrat hat immer noch die Fläche 1. Also auch hier Skalierung um den Faktor 1. Determinant hat den Wert 1. Anders sieht das aus bei der Projektion. Angenommen, wir haben die Projektion, das heißt, wir projizieren alle Punkte auf die X-Achse. Dann wird der erste Einheitsvektor E1 abgebildet auf sich selber. Da ändert sich nichts. Der zweite Einheitsvektor, der wird aber auf den Nullvektor abgebildet. Weil wenn ich den Einheitsvektor hier runter projiziere, dann bleibt nur der Nullvektor übrig. Und was jetzt passiert mit dieser Matrix, da ist es so, dass dieses Einheitsquadrat hier, dass das abgebildet wird auf eine Strecke. Und zwar auf diese Strecke von 0 bis 1. Diese Strecke selber hat aber keine Fläche im R². Also wird aus dieser Fläche, der Größe 1, wird hier eine Strecke und die hat eben keine Fläche. Deswegen haben wir hier 0 als Ergebnis. Das heißt, der Skalierungsfaktor, den wir hier anwenden, ist 0. Und das bedeutet, die Determinante einer solchen Matrix hier ist 0. Bis jetzt hatte ich gesagt, dass die Determinante angibt, wie sich der Flächeninhalt ändert, wenn man so eine lineare Abbildung anwendet, also wenn man so eine Matrix anwendet, wie sich dann der Flächeninhalt zum Beispiel des Einheitsquadrats und welchen Faktor er sich ändert. Tatsächlich steckt noch ein Tick mehr in der Determinante, und zwar die sogenannte Orientierung. Wenn wir die Spiegelung am Ursprung machen, ändert sich die Orientierung nicht. Da war es so, dass die Reihenfolge E1 und dann kommt E2 und dazwischen liegt das Flächenelement, dass das gleich bleibt, sich da nichts ändert bei der Spiegelung an Ursprung. Wenn ich jetzt aber eine Spiegelung stattdessen an der x-Achse durchführe, so wie hier, Spiegelung an der x-Achse, da wird der E1-Vektor, wird auf dem Vektor minus 1,0 abgebildet und der E2-Vektor bleibt erhalten, das ist weiterhin 0,1. Und wenn ich jetzt diese Fläche, dieses Einheitsquadrat, wenn ich das jetzt abbilde, entsprechend, kommt dieses Einheitsquadrat raus. Das ist die gleiche Fläche, ist immer noch Fläche 1, aber jetzt hat sich die Reihenfolge der Vektoren vertauscht. Also hier kommt zuerst E1 und danach E2, und hier haben wir aber zuerst das Bild von E2 und danach ist das Bild von E1. Man spricht davon, dass sich die Orientierung geändert hat. Und wenn sich die Orientierung ändert, dann wird entsprechend der Faktor negativ und deswegen ist in dem Fall hier ein Faktor von minus 1 das, was man gerne hätte und die Determinante hat dann den Wert minus 1, weil Flächeninhalt selber ist gleich, aber das Ganze ist negativ, weil sich die Orientierung geändert hat. Damit kommen wir jetzt zur wichtigen Idee hinter der Determinante. Man kann sagen, dass die Determinante mit Orientierung angibt, um welchen Faktor sich die Fläche im mehrdimensionalen Raum, auch das Volumen des Einheitsquadrates oder des Einheitswürfels, ändert durch die Abbildung. Alle anderen Flächen und Volumina ändern sich natürlich um den gleichen Faktor. Aber diese Änderung, dieser Faktor, mit dem sich das Volumen ändert durch die Abbildung, inklusive Orientierung, das ist das, was die Determinante angibt. Das funktioniert natürlich im Dreidimensionalen zum Beispiel völlig identisch, wenn wir hier in unserem dreidimensionalen Raum uns drei Einheitsvektoren haben, E1, E2, E3 und angenommen wir haben folgende Matrix hier, 1, 0, 0, 0, 0, 0, das heißt die ersten beiden Einheitsvektoren werden auf sich selber abgebildet, aber der dritte Einheitsvektor, der wird abgebildet auf 0, 1, 2. Was dann passiert ist, wenn wir dann diesen Einheitswürfel in die Abbildung reingeben, bekommen wir entsprechend hier diesen sogenannten Spat heraus. Und der hat doppeltes Volumen im Vergleich zu unserem Ausgangswürfel. Und die Determinante dieser Matrix hier ist deswegen 2. Das heißt, jeder Würfel, egal wo er hinter am Ende ist, mit Volumen 1 oder generell jeder Würfel, hat hinterher, wenn er durch diese Abbildung durch ist, das doppelte Volumen. Diese wichtige Idee fasse ich noch einmal schnell zusammen. Die Idee hinter der Determinante ist, die Determinante gibt orientiert an, um welchen Faktor sich die Fläche oder im mehrdimensionalen eben das Volumen des Einheitsquadrats oder Einheitswürfels ändert durch die Abbildung. Das wiederum heißt allgemeiner, gibt eben an, um welchen Faktor sich entsprechend Flächen bzw. Volumina ändern durch diese Abbildung. Man kann das Ganze auch etwas anders formulieren. Man kann auch sagen, völlig, also gleiche Idee, aber anders formuliert. Die Determinante gibt das orientierte Volumen des durch die Spalten erzeugten Sparts an. Also, diese Vektoren hier sind ja die Spalten der Abbildungsmatrix. Diese Spalten der Abbildungsmatrix bilden einen dreidimensionalen Körper. Dieser dreidimensionale Körper hier heißt Spart. Im N-Dimensionalen funktioniert das natürlich entsprechend genauso. Und dieser Körper hat ein Volumen. Und so groß wie dieser Körper ist, das ist auch der Wert der Determinante. Und das ist exakt der gleiche Wert, den man halt dadurch bekommt, dass man den Einheitswürfel durch die Abbildung steckt. Wenn man diese Idee hat, dann sind ein paar Aussagen direkt klar. Zum Beispiel, die erste ist Determinante der Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix selber ändert ja nichts. Das heißt, das was reinkommt, kommt auch wieder raus. Das heißt, wenn ich den Einheitswürfel reinstecke, kommt auch der Einheitswürfel wieder raus. Das sieht man hier in dieser Matrix. Weil sich aber das Volumen nicht ändert und die Orientierung offensichtlich auch nicht, weil es kommt hier raus, was reinkam. Deswegen hat die Einheitsmatrix die Determinante 1. Sowohl im Fall 3x3 als auch im allgemeinen N-Kreuz-N-Fall. Also völlig egal, welche Matrix man anguckt, welche N-Kreuz-N-Matrix. Wenn es die Einheitsmatrix ist, ist die Determinante 1. Die zweite Sache, die direkt aus der Idee mit den Volumina folgt, ist folgende. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Determinanten und lineare Abhängigkeit. Gucken wir dazu den dreidimensionalen Fall hier an. Angenommen, wir haben diese Matrix. 2, 0, 0, 0, 2, 0 und 1, 2, 0. Jetzt sind offensichtlich die drei Vektoren linear abhängig. Wenn die Vektoren linear abhängig sind, liegen die aber alle in einer Ebene. Das heißt, in dem Falle in dieser Ebene, in der XY-Ebene, das heißt, dieses Volumen, dieser Würfel hier, wenn man den abbildet darauf, dann kommt kein Würfel mehr raus, sondern das Ergebnis liegt direkt hier einfach in der Ebene. Wir haben also an der Stelle kein Volumen. Das Volumen ist 0. Und das bedeutet, die Determinante ist 0. Also, wenn die Vektoren linear abhängig sind, sind ja die entsprechenden Vektoren alle in einer Ebene. Das heißt, das Ergebnis, wenn ich da ein Volumenelement reinstecke, ist immer nur ein Flächenstück. Das Ganze gilt natürlich auch für den R² und andere Räume. Und deswegen ist die Determinante dann 0. Und auch das fasse ich noch einmal kurz zusammen. Die Determinante hat den Wert 0, genau dann, wenn die Spalten bzw. Zeilen linear abhängig sind. Hier ist es tatsächlich egal, ob es Zeilen oder Spalten sind. Ein Spezialfall davon ist, wenn eine Zeile oder Spalte nur Nullen enthält. Dann haben wir auf jeden Fall Linearabhängigkeit. Dann ist die Determinante auf jeden Fall 0. Falls Sie sich jetzt so ein bisschen wundern, dass hier plötzlich Zeilen und Spalten vorkommen, dass es egal ist, das wiederum liegt daran, wenn Sie zurückdenken an den Rang, Zeilen- und Spalten-Rang sind immer gleich. Das heißt, die maximale Anzahl lineare abhängiger Zeilen und Spalten ist immer gleich. Deswegen ist es hier egal, ob wir von Zeilen oder Spalten reden. Es gibt noch ein paar besondere Namen. Erster Name ist reguläre Matrizen. Und man nennt eine quadratische Matrix, bei der die Determinante nicht 0 ist, regulär. Das ist so ein Fall. Man steckt ein Volumen rein, kriegt auch ein Volumen raus, was eben nicht 0 ist. Der zweite Fall, eine quadratische Matrix, bei der die Determinante 0 ist, die heißt Singulär. Das ist so ein Fall hier. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Regel angeben, den sogenannten Multiplikationssatz. Und der Multiplikationssatz sagt, für zwei Matrizen A und B gilt, dass die Determinante von dem Produkt A mal B gleich der Determinante von A ist, mal der Determinante von B. So, warum muss das so sein? Was steckt dahinter? Die Matrix A mal B definiert hier eine Abbildung. Und diese Abbildung funktioniert so, dass ich zuerst, weil ich ja, wenn ich die nutze, diese Abbildung, dann würde ich ja an der Stelle berechnen, A mal B mal X. Das heißt, ich würde das typischerweise, Assoziativgesetz gilt ja, das heißt, ich kann das klammern als A mal B mal X. Das wiederum bedeutet, so wie ich es hier dargestellt habe, wir haben unsere Ausgangsvektoren, E1 und E2, wir wenden zuerst B an, weil das Erste, was passiert ist, dass wir BX berechnen, das heißt, wir wenden zuerst darauf B an, dieses Anwenden der Matrix darauf, dieses Produkt, das wiederum bedeutet eine Skalierung des entsprechenden Einheitsquadrates um einen Faktor, und zwar um den Faktor, der durch die Determinante von B gegeben ist. Und danach wenden wir die Abbildung A an, also das Ergebnis, was hier rauskommt, das Ergebnis von BX, das wird mit A multipliziert von rechts, das heißt, wir wenden dann nach Abbildung A an, Abbildung A selber hat wieder einen Skalierungsfaktor, der wird gegeben durch Determinante von A, und die Gesamtskalierung, die ich dann habe, dadurch, dass ich zuerst den Schritt mache, und danach den Schritt mache, das ist logischerweise das Produkt der beiden Skalierungsfaktoren. Und das ist das, was dieser Multiplikationssatz aussagt. Und das war auch schon die grundlegende Idee zu Determinanten. In den weiteren Videos werden wir dann angucken, wie man die Determinanten genau berechnet.